Halleluja! Herr Weihbischof Timmer Ebers, wie fällt Ihr persönliches Fazit des Weltjugendtags aus? Hier ist einfach erfahrbar erlebbar, was das heißt, die Menschen aus den verschiedenen Nationen, mit den verschiedenen Sprachen, dass sie in Eindruck und Liebe zusammenkommen. In dem großen Fest des Glaubens, im großen Miteinander, im großen Verstehen, in der Freude über den Glauben, in der Freude über unser Christsein, in der Freude über die Gemeinschaft, die wir haben. Also das muss ich sagen, das ist immer wieder beglückend, wenn wir das erfahren und erleben können. Das macht eigentlich sehr viel Mut, wenn ich an die Zukunft unserer Kirche denke, dass es immer wieder Menschen gibt, auch junge Menschen gibt, die in der Kirche ihre Heimat suchen. Die Organisation des Weltjugendtagsbüros Bistu Münster hat sich entschlossen, dass die Gruppe die Vigil vorzeitig verlässt. Was hat sie zu dieser Entscheidung bewogen? Zunächst mal konnten wir leider nicht auf die für uns vorgesehenen Plätze und waren eigentlich in keinster Weise für eine Übernachtung für Tausende oder Abertausende Pilgerinnen und Pilger gedacht. Es gab zu wenig Erste-Hilfe-Einrichtungen. Es gab fast gar keine Ordner, die die Fluchtwege freigehalten haben. Es gab keine ausreichende Beleuchtung. Im Laufe des Unwetters gab es dann aber einen Unfall, dass eine Traversenkonstruktion umgekippt ist und es sechs Verletzte gab, zum Glück nicht aus unserer Gruppe. Aber da war für uns dann der Punkt, dass wir gesagt haben, hier ist die Sicherheit nicht mehr gegeben und wir müssen leider, leider jetzt hier abbrechen und unsere Pilgerinnen und Pilger sicher hier vom Gelände bringen und dann eben verfrüht die Heimreise antreten. Welches Erlebnis war für Sie das prägendste des Weltjugendtages hier in Madrid? Das eine war die Möglichkeit der Stille bei einer so großen Masse von fast einer Million Menschen, sowohl gestern Abend bei der Vigil angesichts der Anbetung und zwar mit einer langen Stille, als auch nach der Predigt des Papstes und nach der Heiligen Kommunion. Und das zweite war das Erlebnis mit so vielen Münsteranern zusammen sein zu können am vergangenen Freitag. Das hat mich schon sehr berührt und mich noch mehr und tiefer in das Bistum eingefügt. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017